Machen wir gleich weiter und gucken wir uns jetzt an, wie wir das mit der Prozellante machen. Jetzt bin ich auch nicht mehr eindringlich hier, weil ich muss ja erst mal gucken. Kein Problem, mir geht's gut um ihn so. Oh, oh, ja. Ich seh schon, was hier folgt. Ziemlich krasse Brutze. Scheiße. Ziemlich krasse Brutze Wow, da ist wohl jemand gestorben Unglaublich Nein, hör auf, er ist tot Um Gottes Willen Was ist das denn? Was ist das denn her? Oh, ich könnte mich jetzt Jetzt ist die Frage, was mache ich jetzt? Verkleide ich mich als Polizist? Jetzt kann ich dann da rein Oh, da Da sind wahrscheinlich ganz viele Handwerker Ich müsste mich da mal umsehen Da sind auch ganz viele Polizisten, die habe ich schon gesehen Da stehen nämlich welche Jetzt will ich gucken Der andere ist da oben noch irgendwo, glaube ich Verschwinden Sie von hier Hier dreht sich ein bewaffneter, wahnsinniger rum Okay Ah, ein Kontrollpunkt, sehr gut Da speichern wir Ganz klasse Oder klassisch Weiß ich Ob hier noch was ist Ich hätte es nicht gedacht, dass ich hier einen Kontrollpunkt finde Oh, Ziegestein gegen Messer aus der Frau nicht hoch So, hier haben wir in Ziegestein verloren Hoppala Okay Komm mal hier raus Wo sind diese Kerle Ja, es ist ganz schön hier Angelegen Moment mal, ist das mein Schwager? Hast du dich schon freigelassen? Der war doch schwarz, der Kerl, oder? Ich glaube, willkommen, dass ich dann sein Schwager bin Das ist noch ein Kontrollpunkt Speichern Hmhm Erziehen, kann ich da Muss da oben so abgehen Da oben noch ein paar Jungs Okay Da hauen wir hier ab Ist der jetzt da eigentlich erscheinen? Nein, gut, noch mal nicht. Hier scheint ja immer eine zu quarzen. Oh, cool. Ja, keine Quellen. Mal gucken wir uns mal an, wo der langläuft. Was macht der hier? Hey, was liegt an? Gute. 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 So, jetzt gucken wir mal. Jetzt zündet er sich jetzt hier eine Zigarette an. Immer noch nicht. Was macht der Kerl denn? Das ist er doch. Der braucht das. Überlassen Sie das der Polizei. Hm. Luke? Ja. Ja, Tyler sucht immer noch nach dem Mädchen. Wir sollten aber schon mal alles vorbereiten. Wirst du da? Wenn Dexter merkt, dass wir ihn abgezogen haben, müssen wir längst über alle Berge sein. Keine Ahnung. Ja, das klar. Bis später. Weil ich denn scheiß Angst habe. Aber seid vorsichtig. Heute ist schon zu viel Scheiße passiert. Das ist nicht gut. Vielleicht musste ich jetzt dieses Telefonat von ihm mitkriegen. Und jetzt geht er in den Quarzen. Mal gucken, was er macht. Bis auf jeden Fall wieder da hinten lang. Und dann. Und dann. Und dann. Ich er wieder hier vorbei. Sakramentans. Den schnapp ich ihm jetzt hier. Ich mach ihn kalt. Da kommt jetzt hier noch einer hoch. Gut. Okay, dann haben wir ihn jetzt. Ich werde es nicht auslöschen, sowas von. Was? So. Komm mit rein mit dir. So. 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 Komm. Komm. Oh. 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 ich gar nicht gesehen und es ist auch super meine fresse das habe ich geschafft gott sei dank wow jetzt geht es ja noch weiter oh gott ich glaube ich verkleidige mich eher als polizist das macht am meisten sinn aber ich habe hier nichts was habe ich denn da jetzt eingenommen ich habe hier alle sehen wahrscheinlich So, wir müssen folgendes machen, weil der eine da pinkeln geht, das weiß ich noch ganz genau. Wow, da ist hier mal Klamotten, man. Kann ja nicht sein. Guck mal, was passiert, wenn ich ziehe. Was? Ich kann hier noch nichts machen. Das ist eine Axt. Ah, sieht Strom aus, ja das ist richtig, aber ich glaube ich muss mich erst mal verkleiden. Warum kann ich hier noch nichts machen? Eine Verkleidung hier, ich hätte doch Polizist sein sollen. Gut durchgekommen. Guck dich mal oben genau. Okay, kommen Sie jetzt besser raus. Ich hab ihn, 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 ich hab ihn. Sehr schön, nochmal verkleiden. Das ist auch gar keine Leiche. Das kommt ja auch wieder runter. Puh. Ha, perfekt. Was passiert, wenn... So. Und... Totz war aber schon. Ein bisschen Zeit durch. So. Schlaftabletten, vielleicht können wir damit irgendeine coole Scheiße... Ah, den blauen brauchen wir. Ich erinnere mich. Wir müssen hier... Begeistert? Ja. Wohl kaum, Freundchen. Wohl kaum. Okay, äh... Witzig. Moment, war hier nicht noch. Da unten war noch was. War mal runter? Runter? Oh, da kommt einer. Tolle Show, Affe! Danke. So, ah ja, jetzt töten wir den ein. Hey! Bullenschwein, nette Marke! Wie wär's, wenn ich sie dir in den Arsch schiebe? Kann ich jetzt nicht? Och. Was? Warum nicht? Wieso konnte ich denn jetzt nicht... Oh man! Irgendwas hab ich jetzt? Das ist ein super scharf... Was? Super scharf? Was? Der Steak. Aha. Irgendeine dicke Mutti... Metallrohr... Da muss ich da noch irgendwas machen... Oh, mit einer Schraubschüssel. Natürlich. Und jetzt... Ah! Verdammt! Ah, wer kommt noch mal runter. Oder? Kommt noch mal runter. Ja... Du willst noch mal pinkeln gehen? Was ist das? Ach! Ach! Ah! Ach! Ach! Oh, das ist ein scharf! Ah! Ach! Ach! und er es ist ja Junge. Haha. Ja, hat doch geklappt. Vielleicht brauche ich den ja noch. So, mal gucken, was jetzt kommt, wenn ich hier reingehe. Dann eindringen kommen. Ja, ein paar Bullen. Ja, 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 ist ein Bullen. Oder sowas ähnliches. Gucke ich mal hier einfach um. Okay. Ist der Barber schon. Moment, gibt es nicht einen Bar-Bar-Bar-Bar-Barbier-Anzug? Nein. Guck mal, warum war das denn hier irgendwo? War ja nicht irgendwo ein Anzug. Die haben, glaube ich, die... Ah, da. Ja. Jetzt hier reingehe, bin ich, glaube ich, ziemlich unsichtbar, oder? Kann das sein? Ja. Kennt mich keiner. Hey, hey, du! Moment mal! Äh, was wollte ich noch sagen? Ach ja! Fick dich! Das war's. Arschloch. Hey, hey, Finger weg von der Pizza, die ist nur für Lenny. Sie wissen schon. A la Chicago. A la Chicago. Oh, hi Lenny. Sie sind Neue, was? Alles klar. Wie sagt man so schön? Leg dich nie mit meinen Söh an, wenn dir was an deinem Hals liegt. Okay, legen wir los. Haha, lustiger Kerl. Was soll ich jetzt machen? Vorerst. Okay, muss ich hier einmal sabotieren. Geh einer von denen hier weg. Nein. Oh, ja! Keine Bewegung, Arschloch. Keine Bewegung, Verschatz ist gut. Sehr gut ist es gut. Du siehst du jetzt. Ich habe einen. Super! Scheißdreck. Oh nein! Oh nein! Nein! Ich habe keinen Kontrollpunkt gefunden. Wir schneiden das nochmal und ich mache es nochmal. Me Kadern. Nichts.